Hallo liebe Zuschauer, hier ist Fabian. Herzlich willkommen bei Fabela TV Geschichten und Spiele. Und ich bin zurück in der Wattpad App mit der Geschichte Die Mitbewohnerin Du bist nicht allein von vjasmin99. Und ich habe euch gestern am Ende der Folge noch gefragt, ob ihr mehr von Die Mitbewohnerin sehen wollt. Ob ihr mehr von diesem Hörbuch-Experiment sehen wollt. Und 92% haben gesagt, ja, ich möchte mehr davon. Also starten wir direkt mit Kapitel 2. Bitte nicht wundern, ich werde das nochmal komplett von Anfang an lesen. Ich habe euch gestern einen kleinen Teaser gegeben, weil ich euch zeigen wollte, was da noch so kommt. Und jetzt geht's los. Kapitel 2. Aufstehen Mausi, wir wollen gleich losfahren, einkaufen. Platzt meine Mom ins Zimmer und im nächsten Moment war sie auch schon wieder weg. Ich hasse diese Matratze. Mein Vater hätte sich gar nicht die Mühe machen müssen, sie mir zu bringen. Auf der lässt es sich genauso gut wie auf dem Boden schlafen. Trotz allem stehe ich auf und begebe mich zu meinem Schrank, um mir was zum Anziehen rauszuholen. Jessica! Flüsterte eine Stimme und plötzlich rackelt es an der verriegelten Tür. Fuck, was war das? Erschrocken hüpfte ich einen Schritt zur Seite. Habe ich das geträumt? Oder war da wirklich was? Nein, das konnte nicht sein. Bin ich noch so müde? Ich schaue auf mein Handy. 6 Uhr 55. Doch, ich war noch müde. Das da muss ich gerade geträumt haben. Trotzdem nehme ich, so schnell es geht, mir eine Hose und ein T-Shirt und gehe wieder aus dem Schrank. Wieso musste ich denn das Zimmer mit dieser blöden Tür kriegen? Hätte Josch das nicht kriegen können? Der würde das viel cooler finden. Und sein Zimmer ist genauso wie meins, nur dass alles spiegelverkehrt ist. Da bist du ja. Dir auch einen guten Morgen, Papa, sage ich und setze mich auf den Stuhl. Hier, Mausi, ich habe dir ein Brötchen mit Nutella fertig gemacht. Das kannst du auf der Fahrt essen. Wir müssen jetzt los, sagt meine Mutter und drückt mir das Brötchen in die Hand und schiebt mich Richtung Tür. Ich kann auch alleine gehen, sage ich mit vollgestopftem Mund. Machst du aber nicht. Und wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du nicht mit vollem Mund reden sollst. Ich rolle nur genervt die Augen. Genau, Jessica, mischt sich Josch ein. Halt die Klappe, du Trottel. Hört auf, ihr beiden, und geht ins Auto. Wir müssen los. Der Tag verging langsam. Wir brauchten eine Stunde, um zu dem Baumarkt zu kommen. Dort trödelten meine Eltern so lange rum, weil sie sich über einen perfekten Holzboden beraten ließen. Die Tür, die in mein Zimmer sollte, musste natürlich auch extra angefertigt werden, damit sie auch zu den anderen Türen im Haus passt. Zum Glück sind wir danach ins Tapetengeschäft gefahren. Dort hatte ich wenigstens was zu tun, außer blöd in der Gegend rumzustehen. Danach ging es dann endlich in ein Möbelgeschäft, wo ich mir mein neues Bett aussuchen dürfte. Meine Eltern haben natürlich erstmal an fast jedem Bett rumgemeckert, bevor ihnen endlich eins gefallen hat. Tausendmal habe ich eingewendet, dass es doch mir gefallen muss. Doch dann kam wieder nur so ein Spruch wie, aber wir müssen es bezahlen. Auf der Rückfahrt konnte ich sie zum Glück erfolgreich mit meinen Kopfhörern ausblenden und musste mir nicht eine Stunde lang ihre Beschwerden wegen des Anhängers anhören, den wir uns ausgeliehen haben. Womit fangen wir jetzt an? fragt mein Vater motiviert. Mit der Treppe, das habe ich doch gestern schon gesagt. Und dann? Und dann wird mein Zimmer fertig gemacht, falle ich meiner Mutter schnell ins Wort, bevor sie noch irgendetwas anderes sagt. Und was ist mit meinem? fragt Josch genervt. Ist doch nur deins und somit auch nicht wichtig, sage ich mit einem fröhlichen Lächeln, nehme mir die Tüte mit meinen Tapetenrollen, die ich hoch in mein Zimmer trage. Keine Viertelstunde später stand mein Vater mit einem Eimer Kleister und einem Kleisterpinsel im Zimmer. Mit welcher Wand fangen wir an? Ich deutete auf die, die direkt vor mir lag. Es war die Wand mit meiner kaputten Zimmertür. Mein Vater nickte und fing ganz rechts an. Er räumte noch drei Kartons weg und holte sich dann die erste Rolle Tapete. Er schnitt ein Stück ab, kleisterte es voll, drückte es an die Wand und schnitt wieder ein neues Stück ab. So ging es die ganze Zeit weiter. Als die erste Wand fertig war, fing ich an, mein Regal aufzubauen. Es war relativ einfach, so dass es nach kurzer Zeit schon stand und ich es einräumen konnte. Ich nahm mir die Kiste, auf der Regal steht und fing an, den Inhalt einzuräumen. Einräumen. Hauptsächlich waren es Bücher, aber ein kleiner Teil bestand nur aus Fotos von mir und meinen Freunden. Die haben wir in den letzten Tagen gemacht, nachdem ich wusste, dass meine Eltern umziehen wollen. So tolle Freunde werde ich nicht nochmal finden. Die Leute hier brauchen sich gar nicht anzustrengen. Am Ende des Tages fehlte nur noch eine Wand. Die Wand, in der sich der Kleiderschrank befand. Diese alte graue Mauer mit dem Einriss machte das nun alles noch unheimlicher, weswegen ich mich mit dem Rücken dahin drehte. Ich schaltete die Musik von meinem Handy an, aber nicht zu laut, sonst müsste ich mir wieder eine Standpauke von meinen Eltern anhören. Laute Musik ist viel zu schlecht für die Ohren. Willst du später ein Hörgerät, immer so ein Mist, den ich mehr anhören dürfte? Mit diesen Gedanken schlief ich langsam ein. Ich schreckte hoch. Hatte ich was gehört? Jessica! Da war es wieder, dieses Flüstern. Jessica! Komm zu mir! Kam das aus dem Schrank? Nein, das kann nicht sein! Unter der Tür konnte ich deutlich das Flackern eines Lichts erkennen. Was war da? Ich stand aus meinem Bett auf und bewegte mich langsam und leise, mit meiner Handy-Taschenlampe bewaffnet, auf den Schrank zu. Was tue ich hier eigentlich? Wäre es nicht vernünftig, wenn ich jetzt abhaue oder irgendeine andere Person zu mir hole? Wie in einem schlechten Horrorfilm, wenn die Leute fragen, ist da jemand? Vielleicht sollte ich es auch tun, einfach um die Situation aufzulockern. Nein, selbst wenn ich wollte. Dazu ist es jetzt zu spät, denn ich starre direkt auf die Messing-Türklinke. Langsam bewege ich meine Hand darauf zu. Atmen! Höre ich da wie ein Atmen? Nein, unmöglich, das muss mein Atem sein. Sicherlich bin ich gerade total hysterisch, weil ich einfach vergessen habe, mein Licht auszumachen. Ich drücke die Türklinke runter. Waaah! Kreischend falle ich auf den Boden und schließe meine Augen. Was war das? Was ist mir da entgegengesprungen? Jetzt höre ich den Atem wieder. Und das ist nicht meiner. Für meinen ist er viel zu langsam und ruhig. Langsam öffne ich die Augen. Buh! Boah, Josh, du Arschloch! Weißt du, wie du mich gerade erschreckt hast? Brülle ich ihn an! Josh fällt lachend auf den Boden. Ja, das war nicht zu überhören! Durch sein ganzes Gelache kann er noch nicht mal richtig reden. Was ist denn hier los? Stürmen meine Eltern zu mir rein und ich zucke zusammen. Josh hat mich erschreckt, verteidige ich mich. Josh, was machst du überhaupt hier? Fragt mein Vater ihn nun. Doch Josh kriegt sich vor Lachen gar nicht mehr ein. Er liegt einfach auf dem Boden und rollt sich vor Lachen. So lustig war das nun auch nicht? Sage ich genervt von der ganzen Lacherei. Er nickt nur. Josh, du gehst jetzt auf dein Zimmer. Sofort! Sagt meine Mama wütend und zeigt zur Tür raus. Er steht auf und verlässt mein Zimmer. Und du gehst nun schlafen, ermahnt mich meine Mutter. Ist ja nicht so, dass ich nicht schlafen würde, wenn Josh nicht in meinem Zimmer gewesen wäre. Zumindest hat sie das Mausi weggelassen. Meine Mutter steht immer noch in der Tür und wartet, dass ich ins Bett gehe. Ich stehe auf, hebe mein Handy auf, das ich weggeworfen habe, weil ich mich so erschreckt habe, und lege mich in mein Bett. Sie verlässt mein Zimmer und schließt hinter sich die Tür. Nebenan höre ich Josh und meinen Vater diskutieren. Das kriegt er zurück. Das verspreche ich. Am nächsten Morgen werde ich von den Sonnenstrahlen geweckt. Ich öffne meine Augen und werde von ihnen geblendet. Langsam gewöhne ich mich ans Licht und, warte, sehe ich das echt? Eine Person steht neben der Tür des Kleiderschranks. Liebe Zuschauer, ist das etwa wieder der Josh oder ist das wer anders? Wir wissen ja im Grunde immer noch nicht wirklich, was es mit dieser Tür auf sich hat. Nun ja. Ich frage euch mal. Glaubt ihr, dass es Josh ist? Hier oben. Stimmt ab. Wir sehen uns wieder morgen um 20 Uhr und gebt einen Daumen hoch, wenn euch die Geschichte gefällt. Wir sehen uns wieder morgen um 20 Uhr und gebt.